Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal geht es aber um Füller. Und zwar habe ich meine beiden neuen Füller bekommen von Lamy. Es handelt sich um die zwei neuen Farben von 2024. Das sind limitierte Farben und ich möchte sie gerne mit euch zusammen näher angucken und ein bisschen vergleichen. So, dieser hier nennt sich Pink Cliff. Pink, weil das Griffstück pink ist. Hinten der Knopf ist ganz normal farbig. Eine pinke Schraube, ein schwarzer Clip. Er ist in dieser matten Version, die wir schon öfter hatten. Und im Internet hatte ich das Gefühl von den Fotos aus, dass es sich eher um ein Petrol handelt. Also mir kam der eher so Petrolfarben rüber. Aber die Farbe, also es ist so ein sehr graues Blau, würde ich sagen. Weil wenn wir jetzt ein Petrol daneben legen, das ist zum Beispiel der Petrol, den wir vor ein paar Jahren hatten. Da sieht man doch gerade den Unterschied. Und der wirkt jetzt sogar in der Kamera ein bisschen lila. Der hat aber eigentlich kein bisschen lila an sich. Ich hätte es vielleicht noch schön gefunden, wenn sie einen pinken Clip gemacht hätten. Aber ich hatte gedacht, wo ich die gesehen habe, mal abwarten. Ob die nicht nur einfach zwei Füller genommen haben und die aus alten Füllern, die wieder zusammen gebastelt haben. Dann haben wir das Modell Violet Blackberry. Das ist ein glänzendes Exemplar. Also dieses Jahr ist das erste Mal, dass es glänzend und matt in einer Kollektion gibt. Und der hat ein helllila Griffstück mit der helllila Schraube. Und es ist auch ein komplett anderes Lila, als wir bis jetzt hatten. Das letzte Lila, was so gekommen ist, war dieses in der Mattenkollektion. Und das hier ist ja mehr Rotstich und eher ein bräunliches Lila, wenn man die jetzt so nebeneinander sieht. Und das ist ja hier so ein richtig kräftiges Lila. Und dann hatten wir noch ein paar Jahre davor dieses Lila, den Lilac. Und der kommt eher dem von der Farbe näher. Aber dadurch, dass der glänzend ist, also der ist auch noch ein Tontick brauner. Auch wenn man das vielleicht in der Kamera jetzt nicht ganz erkennen kann. Also der geht einen Tick ins Lila noch mehr. Und allein dadurch, dass der glänzend ist, wirkt der natürlich auch komplett anders. Und was ich jetzt nicht verglichen habe, ist, ob wir diese Farben schon mal in der Kollektion hatten. Die rosa, die ich euch spontan anbieten kann, sind einmal das Pink. Und ja, ist ein Tick heller. Es geht in die gleiche Richtung, aber es ist natürlich ein glänzender. Und selbst hier der glänzende hat ein mattes Griffstück. Und sonst hat man das ja immer bei einem glänzenden, ist auch das Griffstück glänzend. So, und dann gab es ja noch von der Makaronserie. Ich glaube, das ist der von letztem Jahr das Light Rosé. Und das hat ja überhaupt nichts mehr mit denen zu tun. Ich hatte das Gefühl, die haben dieses Jahr die Preise noch mal ein bisschen angezogen. Weil unverbindliche Preisempfehlungen sind, 23,50 Euro. Vor ein paar Jahren, ich kenne auch die Zeiten, für 18,50 Euro. Ich habe sie mir mit der Feder M ausgesucht. Sie haben auch eine schwarze Feder, was sehr schön aussieht. Sie kommen also nicht mit der normalen silbernen Feder, wie die anderen. Auch mal zum Vergleich. Ja, wollte ich euch nur mal gezeigt haben. Falls euch das interessiert und ihr überlegt, sie zu kaufen, dass ihr mal sehen könnt, wie sie so live rüberkommen. Klar, in der Hand halten ist immer noch was anderes. Aber ich finde es schön. Es ist wirklich ein komplett neuer Stift. Es ist kein zusammengesetzter Restideenverwertung. Ich freue mich über meine Zweifel. Bis bald. Tschüss.